Guten Tag und willkommen zurück. Das erste Tiny House Weihnachten mit fließendem Wasser steht ja nun vor der Tür. Aber bevor das soweit ist, ist es erstmal höchste Zeit, euch meine niegelnagelneue Terrasse zu zeigen. Genau genommen ist es ja keine nagelneue Terrasse und das ist das Tolle. Die Maschinenpalette, also die Grundkonstruktion, war schon auf dem Weg in die Entsorgung. Die Bleche an der Seite, die das Wasser abhalten, kommen aus dem Metallschrott und die Platten, mit denen ich sie gleich belege, haben wir secondhand hier aus dem Ort bekommen. Applaus für meinen Vater, der dieses tolle Teil gebaut hat und jetzt seht ihr, wie es entstanden ist und wie es hierher kam. Die Maschinen Musik 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 Zurück in die Gegenwart. Ich belege die Terrasse schon einmal provisorisch mit den Platten. Ein paar Anpassungen sind noch nötig, wenn das Geländer drankommt. Auch das übrigens aus Altholz. Aber der Anfang ist gemacht. Musik 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 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Und es gibt zwei neue Dinge. Das hier, eine kleine Miniatur von Minas Tirith, die man sogar aufmachen kann. Und die hat mir eine Zuschauerin geschickt. Vielen, vielen Dank dafür. Ich habe mich wirklich sehr gefreut. Und da hinten eine Miniatur der Wetterspitze, die natürlich hier zu dieser Morgul-Klinge passt und zum Ring. Hier gibt es die DVDs, hier sind die Argonat und hier habe ich diverse Notizbücher und Hobbit und Semarillion. Und vielleicht kommen da noch so ein paar kleinere Dinge dazu. Aber jetzt ist es soweit erstmal fertig und ich finde, das kann man auf jeden Fall angucken. Das Jahr neigt sich dem Ende. Und wie letztes Jahr möchte ich auch diesen Dezember wieder das letzte Video dazu nutzen. So ein bisschen zurückzublicken auf das, was war und auf die Dinge vorauszublicken, die kommen werden. Letztes Jahr haben wir dazu Mario Kart gespielt. Dieses Jahr gibt es ein bisschen Magie. Gemacht habe ich das mit der Home Connect Plus App. Die ist kostenlos und verbindet alle eure smarten Geräte im Haus, sodass ihr zur Steuerung nur noch eine App braucht. Ich habe ja in meinem Tiny House inzwischen eine smarte Heizungssteuerung, die mir als Wochenendpendlerin eine Menge Energie spart. Außerdem ein smartes Schloss, bei dem Schlüssel drüben vergessen nie wieder zum Problem wird. Und nun passend zu Weihnachten noch bunte Beleuchtung von Philips Hue. Im Wohnzimmer oben ist das Deckenlicht ja sehr nah über einem und oft zu grell, wenn man nur Fernsehen schauen oder zocken will. Dafür habe ich jetzt etwas Flauschigeres. Der Lightstrip kommt später raus und wird dafür sorgen, dass man von außen sehen kann, ob ich gerade aufnehme oder streame und man also nicht klopfen sollte. Und Stichwort klopfen, eine schlaue Außenkamera mit Gegensprecheinrichtung habe ich jetzt auch. Wer ein paar solcher Geräte zu Hause hat, der kennt das Problem. Jeder Hersteller hat seine eigene App, die läuft dann auch immer im Hintergrund. Man muss alles dann also einzeln steuern. Mit der Home Connect Plus App, die ich euch heute vorstelle, könnt ihr jetzt von sehr, sehr vielen unterschiedlichen Herstellern alles in einer App steuern. Zum Beispiel über sogenannte Bores. Das heißt, man kann Funktionen anpinnen, die man häufiger braucht. Und man kann sich natürlich Automationen erstellen, wie diese hier. Das ist jetzt zum Beispiel für nachts. Das heißt, das Licht hier oben im Wohnzimmer geht aus. Unten schließt sich das Nuki-Schloss automatisch ab. Die Heizung von Tado geht auf Nachtabsenkung. Und die Bosch Außenkamera stellt sich auch scharf. Alles in einem. Ich muss über nichts mehr nachdenken. Kann ins Bett gehen. Bisschen dekadent für ein Tiny House, aber das kann man schon machen. Ich habe mir das also eine Weile mal angesehen und das funzt alles. Wer es mit den smarten Geräten zu Hause dezent übertrieben hat, kann sich durch die Boards schnell eine Übersicht erstellen. Und wer zu viel Batman geguckt hat, für den ist die Erstellung eine Automation, in der das Licht im Büro angeht, spannende Musik gespielt wird und irgendwo ein Cape rauskommt, sicher auch kein Problem. Hier mal eine Übersicht, welche Hersteller aktuell unterstützt werden. Wer ansonsten möglicherweise Konkurrent ist, arbeitet hier brav zusammen. Ohne dass man dafür Informatik studiert haben muss. Meine ersten Erfahrungen mit Home Connect Plus waren sehr positiv. Wer also irgendeins von diesen vielen Geräten hat, dem empfehle ich die Anwendung mal auszuprobieren. Es ist übrigens die orange und nicht die blaue App. Wie gesagt, komplett kostenlos für Android und iOS. Mögen die Spiele beginnen. Was war 2021 so los? Ich blicke mal zurück auf meine Vorsätze von Ende 2020. Erstens, gesünder Essen. Naja, ich habe zwar den Spaß am Kochen nicht wiedergefunden, aber ich habe mich in Sachen Futter tatsächlich angestrengt. Erfreulicherweise gibt es inzwischen auch mehr gesunde, halbfertige Gerichte zu kaufen. Auf Zucker habe ich derweil größtenteils verzichtet, inzwischen auch freiwillig und das tat meine Magen sehr gut. Zweitens, konsequenter Festplatten sortieren. Joa, ist okay, kann auch besser. Drittens, weiterhin jeden Tag eine halbe Stunde spazieren gehen oder ähnliches. Naja, ich war viel draußen zum Arbeiten am Tiny House oder am Wohnmobil und ich war auch spazieren, aber nicht mehr so konsequent. Oft hatte ich den Drang, mich einfach zurückzuziehen, was nicht hilfreich war. Viertens, Sozialleben reaktivieren. Die Pandemie ist zwar nicht vorbei, aber irgendwie habe ich das trotzdem geschafft. Ich war auf einem kleinen Rave, keine Sorge, der war erlaubt. Ich habe Studienfreunde endlich wieder gesehen, war im Europapark und habe endlich wieder an der Oper gearbeitet. Inklusive Live-Musik. Auch wenn alles andere dieses Jahr schwierig war, das hat immerhin geklappt. Und sonst so, der wichtigste Schritt dieses Jahr war sicherlich der Umzug von meinem Tiny House hier auf diesem Platz. Ich kann mir jetzt in meinem eigenen Haus endlich die Hände waschen. Es fahren keine Autos mehr direkt vor meiner Haustür vorbei. Und so langsam bin ich wirklich mal angekommen. Ich weiß jetzt, wo das Haus steht und ich kann ein bisschen längerfristiger planen. Ich habe auch ansonsten ein paar wichtige Dinge für mich wieder in Angriff genommen. Das heißt, ich habe zum Beispiel wieder mit Ballett angefangen. Ich habe eine Therapie begonnen und ich bin jetzt dabei, mich finanziell und geschäftlich weiterzubilden. Alles wichtige Schritte für die Zukunft, die ich für mich so geplant habe. Eine Sache habe ich nicht ganz geschafft, wie ursprünglich gedacht. Und das ist euch sicherlich auch aufgefallen. Das betrifft meinen dritten Kanal des Nerdiverse. Ich hatte viel vor mit diesem Kanal und habe einiges davon geschafft. Aber seit einigen Monaten ist dort nichts mehr Neues gekommen. Das hat auch seine Gründe. So eine Recherche, zumindest in dem Umfang, in dem ich das gerne machen möchte, ist relativ aufwendig. Und mir hat oft nicht nur die Zeit gefehlt, sondern auch das Gefühl, dass ich das alles auf dem Niveau machen kann, auf dem ich das gerne machen möchte. Idealerweise für die Zukunft, wenn ich sowas wieder machen will, sollte ich eigentlich jemanden haben, der mir dabei hilft, der die Recherche auch nochmal unabhängig überprüft, der mir Animationen erstellt und so weiter und so fort. Und dafür ist einfach momentan das Geld nicht da und auch vom zeitlichen Umfang nicht die Kapazität. Es gibt auf jeden Fall einige Themen, die noch offen sind. Ich muss aber ehrlich sagen, dass ich dieses Jahr dafür nicht unbedingt immer die Kraft hatte, das zu machen. Vieles davon ist ja relativ kontrovers und ich möchte mich einfach gerade, da die Zeit sowieso schon etwas schwieriger ist, nicht unbedingt noch zusätzlich in solche Themen wahnsinnig stark reinarbeiten. Es ist gerade schön, dass es mir wieder insgesamt besser geht und ich möchte deshalb die neu gefundene Kraft nicht unbedingt darauf momentan aufwenden. Ich weiß also noch nicht, wann es da weitergeht. Der Kanal ist aber auf jeden Fall nicht vergessen. Ich möchte natürlich nur euch in der Form mitteilen, warum es da in letzter Zeit nicht sehr viel gab. Irgendwann wird es da hoffentlich weitergehen. Ich werde es euch auf jeden Fall wissen lassen. Stattdessen habe ich an anderen Dingen gearbeitet. Eine Playlist auf meinem Kanal heißt Nicht umsonst gesund im Kopf. Das Thema liegt mir einfach sehr am Herzen und ich habe dieses Jahr nicht nur einen Workshop für andere YouTuber zu dem Thema gegeben. Ich arbeite auch gerade an einem Kurs für Online-Creator rund um mentale Gesundheit. Wenn das soweit ist, werde ich euch natürlich Bescheid geben. Ach ja, und mit dem Stream habe ich spontan auch wieder angefangen, auf Twitch und auf Englisch. Für wen das was ist, hier ist der Link. Und eine Automation für Streamzeiten habe ich übrigens auch. Licht außen auf, nicht stören, Tür zu und oben im Loft ein bisschen bunte Hintergrundbeleuchtung. Was ist mit Vorsätzen für 2022? Ich arbeite ja mittlerweile mit Manifesten. Das sind zumindest in meinem Fall so kleine Zettel, auf denen dann bis zu viele Prioritäten aus unterschiedlichen Bereichen in meinem Leben draufstehen. Und die werden dann ersetzt oder neu geschrieben, wenn entweder das Ziel, das da drin steht, erreicht wurde. Oder wenn die Routine, auf die ich dahin gearbeitet habe, fest etabliert ist. Das sind sehr unterschiedliche Dinge. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.